Hallo und Willkommen zu einer neuen Episode Dorfbesuche mit mir dem Fred. Diese Episode sollte eigentlich gestern schon kommen, nur irgendwie gab es Probleme mit der Tonspur, das werdet ihr gleich ja auch noch irgendwann zwischendurch hören. Da habe ich irgendwann, also das hat sich irgendwie eine alte Tonspur damit reingemischt, da habe ich dann zwischendurch irgendwie mal auf meinem Tisch rumgedroschen. Warum auch immer, aber ich wollte das unbedingt noch drin lassen, weil die Besuche eigentlich ganz gut waren. Ich habe jetzt aber mir gedacht, der Anfang, der war halt gar nicht zu gebrauchen, deswegen wird der auf jeden Fall jetzt einmal nachsynchronisiert. Ich habe jetzt auch mal ein, zwei Schnitte reingesetzt, damit das Ganze funktioniert. Ich habe drei Leute besucht und heute kommen auf jeden Fall nochmal Dorfbesuche, die ich dann nochmal neu aufnehme. Ich hatte was rumgetestet bei meiner Aufnahme und das ging leider ein bisschen in die Hose, deswegen das Experiment mache ich jetzt heute nicht nochmal. Deswegen werden die weiteren Dorfbesuche auch eins erklappen, das wollte ich euch nur mal gesagt haben. Wir fangen nämlich jetzt gleich mal direkt an und der erste ist der Niki. Ihr seht es ja jetzt ja auch quasi schon vor euch. Also der erste, den wir besuchen, ist der Niki und nun viel Spaß mit der Episode. Wir gucken jetzt erstmal drauf und dann werde ich euch vorlesen, was er mir denn geschrieben hat. Würde mich sehr über eine Bewertung freuen, bin schon seit drei Jahren Supporter. Ich habe vor vier Jahren mit COC angefangen und habe zwischendrin eine Pause gemacht. Bin free to play. Okay, das sieht so aus, beziehungsweise das sieht man natürlich nicht, aber er hat es ja halt geschrieben. Base Design ist mal ein bisschen was anderes. Gefällt mir richtig gut jetzt erstmal auf den ersten Blick. Die Standard Herbstszenerie hat er jetzt am Start, da sehen wir jetzt hier unten schon so ein paar von den Statuen. Das ist auch ganz gut, wenn man das ein bisschen sortiert hat. Hier oben hat er auch ein bisschen was sortiert. Die weißen Flaggen sind da vorne. Ein paar Weihnachtsbäume sehe ich, ein paar Kuchen, ein bisschen Halloween-Deko. Also, das dazu. Kommen wir doch mal zum Dorf selber. Also, das Dorf hat Level 12 Mauern. Das sind die hier. Die sind natürlich dann auch maxed für Rathos 11. Den Warden baut er gerade aus. Also Heldenlevel sind schon mal absolut in Ordnung. Rathos relativ mittig. Clamburg relativ mittig. Arterdev mittig. Genauso wie das dunkle Lager. Entfernungs sind auch gut. Gut, die sind richtig schön sortiert oder beziehungsweise richtig schön angeordnet. Die X-Bögens gefällt mir auch. Der Klassiker natürlich hier wieder. Die Bogentürme und die Kanonen außen. Ja, Midenwerfer sind ein bisschen weit außen, aber ich kann mich da eigentlich nur wiederholen. Ich finde, die Midenwerfer sind schwach. Die sind wirklich richtig schwach geworden. Also sehe ich da auch im Endeffekt keinen Grund, warum die jetzt noch sehr weit mittig sein sollen. Von daher absolut in Ordnung. Sehr, sehr weitläufige Base auf jeden Fall. Da musst du so ein bisschen aufpassen. Dass halt sowas hier auch gescheit geschützt ist. Wir sehen, dass jetzt hier geht zwar bis da hinten rüber, aber dieses Armehlager ist zum Beispiel schon mal ein totes Gebäude. Das auch. Also da würde ich vielleicht versuchen, es doch ein bisschen weiter zusammenzupacken alles, damit auch wirklich jedes Gebäude von der entsprechenden Verteidigung auch geschützt werden kann. Lager, sehr gut, schön verteilt, so wie das sein muss. Aber gibt es im Endeffekt gar nicht viel zu meckern. Gebäude ist natürlich auch schon richtig weit für Rathaus 11. Ich weiß es nicht, ich glaube, alle schon maxed es. Ne, hier zum Beispiel die Kanone. Die baut da gerade noch aus. Bedeutet, die ist Level 14, die ist Level 15, die ist auch schon Level 15. Fast maxed, würde ich mal sagen. Also weiter so, bis auf einen guten Weg. Ja gut, eins ist halt die CW-Sterne. Ihr müsst mal ein bisschen mehr CW machen. Deswegen kriegst du von mir eine 9 von 10. Und wir gucken mal weiter, würde ich mal sagen. Also, klar, und Community-Spieler suchen. Wir gucken drauf. Der nächste ist 2-0-J-P-Y-2-J-J-Y-M-S-Haken-Haken-TM-TM-Wark-Racker. Er schreibt, hey, Grüße aus Österreich, ich bin der Patrick und das ist meine Base. Bin vor kurzem erst Rathaus 12 gekommen, sonst für Rathaus 11 komplett gemaxed. Das ist doch schon mal gut. 927 Sterne, das ist sehr schön. 45er König, 50er Königin, 15er Warden. Oh, ja, der Tigerkönig. Dieser Schatten-Skin ist das, glaube ich. Ich komme mittlerweile echt durcheinander bei den ganzen Skins, tut mir leid. 2 Milliarden gefahren für Rathaus 12. Das ist natürlich krass. Wir gucken mal ganz kurz eben auf den Clan-Level 18. Auch ganz cool. 50 Leute drin und sehr aktiv, das sieht man schon an den Spenden. Das ist natürlich mal was. Einige Rathaus 15 auch schon drin. Das ist sehr schön. Also, wir gucken mal drauf. Ah, die Tigerberg-Szenerie, die ich auch persönlich sehr cool finde. Die passt sehr schön in den Spiel rein. Er war ja, wie er das geschrieben hat, Rathaus 11 Max. Jetzt ist er Rathaus 12 gegangen. Hat schon angefangen, die Mauern zu machen. Sehr gut. Und natürlich, klar, das habe ich vielleicht in einer der Folgen vergessen, Lager auf jeden Fall auch machen. Base-Design ist ein bisschen, ist altbekannt. Würde ich jetzt auch mal als Hybrid-Base bezeichnen. Ah, ja, wobei. Früher hätte ich es vielleicht kritisiert, dass die Lager alle in der Mitte sind. Aber mittlerweile, es gibt eh keine, es gibt eigentlich eh keine Farmangriffe mehr. Von daher ist es eigentlich ganz gut. Gut, ich meine, sie sind ja einigermaßen geschützt. Du hast ja hier zwischen noch die Mauern. Und ich muss eigentlich mittlerweile immer nur noch davon ausgehen, wenn du ein Lager hast, hält das Lager gegen Schleichkobolde oder nicht. Das ist im Endeffekt die einzige Farmtaktik, die noch existiert. Traurigerweise muss man sagen. Wirklich sehr, 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 sehr traurigerweise. Das ist wirklich eine Schande. Da müssen sie wirklich mal was machen. Ich habe es schon öfters mal gesagt. Aber nun gut. Da tut sich leider nichts. Infernus. Sehr schön verteilt. Der Multi hier wird gerade ausgebaut. Der hier ist schon gemacht. Den zieht er gerade noch nach. Ich weiß noch nicht, ob Rados 12 ist das? Ist das das Rados, wo du den dritten Inferno kriegst? Ich glaube schon. Das bedeutet, er zieht den jetzt hier halt gerade noch nach, den neuen Infernoturm. Sehr gut. Ansonsten, ja gut, Kanonen und Bogentürme, habe ich ja gesagt, immer der Klassiker außen. Hier aber eine schöne Einkerbung für die Minenwerfer. Das finde ich sehr gut. Da ist nämlich noch der vierte. Ansonsten, X-Bogen, zack, 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 zack. Auch schön. Luftabwehr ist schön sortiert. Als Viereck, auch gut. Gibt es im Endeffekt am Layout gar nichts zu meckern. Aber absolut überhaupt gar nichts. Ist ja jetzt auch seit dem letzten Update so, dass ja die Kasernen weggefallen sind, bis auf eine von jeder Sorte. Wir sehen das jetzt ja hier. Die Kasernen und die Kaserne baut er auch gerade schon aus. Das ist auch gut. Das Labor sieht man ganz eindeutig. Das ist schon auf Level 12 Niveau. Also auf Rathaus 12 Niveau, weil er schon dieses Blau hat. Rathaus 12 ist ja in diesem Elektrostil mit den E-Drags. Da sind sie. Sehr gut. Sehr geil. Sieht sehr gut aus. Gibt zum Endeffekt gar nichts zu meckern. Jetzt muss ich mir gerade überlegen. Habe ich was zu meckern? Ja, bis auf die Lage eigentlich. Aber das ist eigentlich auch kein richtiger Kritikpunkt von meiner Seite. Deswegen bekommst du von mir eine 9,5 von 10. Ich bewerte ja generell immer sehr, 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 ähm... Ich bewerte ja immer sehr, sehr... Wie soll ich das jetzt sagen? Gutmütig. Gutmütig. Ich bewerte immer sehr gutmütig. Ich finde auch jetzt, wenn sich jemand die Mühe macht und mir eine E-Mail schreibt und ein bisschen was über sich erzählt dann, beziehungsweise über sein Dorf erzählt, warum soll ich ihn dann schlecht bewerten, dass selbst wenn er jetzt gerusht ist... Klar, es kann auch mal passieren, wenn hier jetzt jemand wirklich super gerusht ist, dann kriegt er vielleicht auch mal eine etwas schlechtere Punktzahl bei mir. Aber ich würde jetzt niemals nehmen wie eine 1 von 10, 2 von 10, 3 von 10. Das würde ich nicht machen. Leute, das würde ich nicht machen. Also, Moodsley ist der Nächste. Oh, etwas längerer Text, aber wir gucken mal drauf. 742 Sterne ist noch okay. Ist noch okay. Legend League ist er. Ähm. Oh, die Helden sind schon richtig weit. König schon Max, Königin 83, Warden 58. Aber die neuen Begleiter, ich weiß auch nicht, ob das unbedingt so geil ist, dass sie so viele Begleiter machen. Ich weiß es nicht. Also, weiß nicht, weiß nicht. Gefahren 2 Milliarden, so muss das sein. Und der Clan ist aus der Schweiz. Okay, ich kann kein Schwitzerdeutsch. Ich kann es nicht. Also, er schreibt, Salü MBF, ich möchte mich nochmals bewerben, damit du mich besuchen kommst. Ich feiere deine Dorfbesuche mega. Habe es auch schon mal geschafft, in einem deiner Dorfbesuche-Videos besucht zu werden. Das war am 6. März, also vor 8 Monaten. Würde es echt feiern, wenn du mich nochmals besuchen kommst und mir nochmals einige Tipps geben könntest. Ja, das ist halt immer die Sache. Ob ich jetzt dir als Rathaus-15er noch Tipps geben kann, das weiß ich natürlich nicht. Habe ein Screenshot vom Video gemacht, als ich dabei war, falls du Lust hast, einen kleinen Vergleich zu machen. Verstehe es auch, wenn ich nicht nochmals drankomme. Andere wollen ja auch drankommen. Feiere deine Videos trotzdem weiter so. Lieben Gruß, Murzli. So, jetzt muss ich mal eben gucken. Aber wo ist denn der Screenshot? Ah, da habe ich ihn. Da habe ich ihn. Tatsächlich. Oh, als ich, 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 ich blende es, ich blende es ein. Ich blende es ein. Als ich ihn das letzte Mal besucht habe, war er Rathaus-12. Alter. Er war Rathaus-12. Und jetzt ist er Rathaus-15. Und das ist im Endeffekt, ich glaube, er ist schon weiter als ich. Er ist schon, wobei die Mauern habe ich, glaube ich, ein paar mehr. Aber ansonsten, krass, krass, krass. Das ist natürlich keine Hybrid-Base. Das ist eindeutig natürlich eine Trophy-Base. Er ist ja auch in Legend. Und ich weiß jetzt halt nicht, ob das wirklich seine Base ist, die er dann auch da hat. Denn die Heimatbasis, beziehungsweise dein Heimatdorf, was du zeigst, ist ja nicht zwingend auch das Dorf, was du bei Legend halt aktiv hast. Da bist du ja dann, ähm, ja, flexibel bei der Geschichte. Ähm, er hat den Monolithen schon auf 2. Infernus hat er auch schon gemacht. Hier sehen wir ganz gut. Der ist auf 2. Wo ist der andere? Da, 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 da. Ja, auch nicht schlecht. Da hat er nämlich jetzt ordentlich schon was am Rödeln. Nämlich den Zauberturm auf 1 mit dem, äh, Wut-Zauber drauf. Und den hier auf 2 mit dem Gift. Finde ich auch nicht schlecht. Ähm, Infernus. Sind schön verteilt. Das gefällt mir auch sehr gut. Bäume außen richtig schön. Also die Base gefällt mir. Die Base gefällt mir richtig gut. Wenn du dazu noch bitte ein Kürzelettest, äh, Kürzelettest, wenn du dazu noch einen Link hättest, ich würde mir die vielleicht mal ganz gerne kopieren. Finde ich ganz schön, muss ich sagen. Er ist schon angefangen, die Mauern auf Level 16 zu machen. Adler Dev mittig, Königin mittig, Clanburg mittig. Und halt hier wieder der Abstand, ne, zwischen Adler Dev und Rathos. Finde ich auch ganz gut schön. Auf 5 Sterne. Da ist er auf jeden Fall schon weiter als ich. Also ich würde sagen, insgesamt ist er, glaube ich, schon ein bisschen weiter als ich. Aber ist ja egal. Ist ja auch kein Wettrennen. Sieht sehr gut aus. Auf jeden Fall. Ah, vor allem natürlich hier die Elektro-Drachen auf maximalem Level. Die sind richtig gut. Ja, was soll ich hier sagen? Gibt eigentlich nichts zum, gibt, gibt von mir nichts zu meckern. Auf jeden Fall. Ich kann die Base ja jetzt auch so nicht einschätzen, wie sie hält. Ich könnte mal eben überlegen, wie ich angreifen würde. Ähm. Ja, würde ich, glaube ich, versuchen, hier drauf zu gehen und hier dann ordentlich schon mal was wegzumachen. Mit einem Zeppelin. Den kann man ja freezen. Und dann mal gucken, dass ich noch den Rest hier unten aufräume. Aber insgesamt sehr gut. Und, ähm, deswegen gibt es von mir auch auf jeden Fall eine 9,5 für, äh, 9,5 von 10. Dankeschön fürs Zuschauen. Bewerbt euch eine E-Mail mit dem Crater-Code MBF an codembf at gmail.com. Schreibt bitte was zu eurem Dorf. Zumindest das Spielerkürzel, damit ich euch auch finde. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut und bis morgen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend.